Hier sind wir mit der Fanny, die Linda ist gekommen, weil sie hat ein Problem, sie kann irgendwie, hat sie echt Probleme heute zu gehen, gestern ist sie noch im Planschbecken gewesen und heute grümmt sie sich und will nicht raus und gar nichts und weiß nicht wo sie sich, sie hat keine offensichtliche Verletzung. Das Problem ist der Cervicale. Komm, der Cervicale. Das ist der Cervicale? Nein. Die Linda sieht irgendwas an der Halswirbelsäule. Ja, aber was denn? Ja. Kannst du da ein paar Kui? Also sie geht einfach total verhalten und wollte heute nicht raus, sie wollte nicht schwimmen und sie knickt hinten ein, also sie geht ganz komisch, so wie wir die Fanny eigentlich nicht kennen. Und wenn sie jetzt schon viel besser geht als heute in der Früh, da wollte sie gar nicht gehen, da hatte sie richtig lähmungserscheinungen. Sie sieht das verhaltene Gen von ihr. Fanny! Fanny! Sie hat Mühe aufzustehen. Die Linda nimmt sie jetzt mal mit für zwei, drei Tage und gibt ihr eine entzündungshemmende Therapie und eine Schmerztherapie und dann schauen wir mal, was kommt. Fanny! Fanny! Das ist auf keinen Fall unsere Fanny, die wir im Schwimmbecken kennen, die herumplanscht und sich freut. Fanny! 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 Fanny!